Was stapft denn da? Es ist Mo mit seinen Weihnachtsgeschichten. Es ist Nikolaus und wir haben eine weitere Folge von Mo's Weihnachtsgeschichten für euch. Ich habe auch einen weiteren Gast heute dabei und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo, ich bin Thea Rasche, Schauspielerin und Sprecherin und freue mich heute hier zu sein bei Mo Entertainment. Ja. Hast du eigentlich deine Schuhe geputzt, Leon? Na natürlich habe ich die geputzt. Na klar. Putzt du da? Hast du das früher immer gemacht? Absolut. Echt? Du hast deine Schuhe geputzt, die dann vor die Tür gestellt und dann war am nächsten Morgen was drin? Ja, habe ich gemacht. Also ich hatte meistens immer Lederschuhe so als Kind und ich mochte immer wirklich den Geruch von so dieser Lederpflege. Deswegen habe ich es irgendwie tatsächlich gerne gemacht, aber auch ja nur einmal im Jahr. Du hast einmal im Jahr deine Schuhe geputzt. Genau. Was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht? Ich habe heute mitgebracht die Geschichte vom Grinch und wie er Weihnachten gestohlen hat. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte. Ich freue mich, sie jetzt zu hören. Ich mich auch. Und was die Geschichte mit dir persönlich und Weihnachten zu tun hat, verrät es uns vielleicht gleich. Genau. Und jetzt hören wir uns die erstmal an. Viel Spaß. Viel Spaß. Mo Entertainment. Lass uns was hören. Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat Jeder Hu dort in Huheim mochte Weihnachten sehr. Doch dem Grinch in seiner Höhle, dem lag das sehr quer. Der Grinch hasste die Weihnacht. Die ganze Weihnachtszeit. Fragt nur nicht warum. Das weiß niemand bis heute. Könnt sein, dass sein Kopf falsch draufgesetzt war. Könnt sein, dass die Schuhe ihn drückten sogar. Am wahrscheinlichsten aber, glaub ich, wird sein, sein Herz war einfach zwei Nummern zu klein. Doch was es auch war, Herz oder Schuh, Es war ein Tag vor Weihnacht. Und er hasste die Hu. Starrte hinab auf die Stadt mit grinchigem Groll, wo die Fenster glommen so wundervoll. Denn er wusste, und das war's, was ihn so bedrückt, dass jeder sein Huheim mit Misteln jetzt schmückt. Und mit ihren Strümpfen, knurrte er böse. Morgen ist Weihnacht. Das gibt ein Getöse. Mit den Grinch-Fingern trommelnd, grummelte er. Ich muss es verhindern. Ich ertrag es nicht mehr. Denn morgen, ganz früh, stehen die Hu-Kinder auf. Dann gibt es Geschenke. Geschenke zuhauf. Und dann, oh, der Krach. Oh, der Krach. 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 Was er so hasste, war der Krach. 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 Dann essen die Hu's noch ein riesiges Essen. Und sie essen. Und sie essen. Und sie es, 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 esen. Dann wird Hu-Pudding und Braten wie besessen gegessen. Und der Grinch ist von Hass und Zorn schon ganz zerfressen. Und dann geht es erst los. Seine größte Pein. Alle Hu's dort in Huheim, groß und klein, stehen dicht beieinander. Und die Glocken, sie klingen. Hand in Hand stehen sie da und beginnen zu singen. Sie singen. Und singen. Und sie sing, 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 singen. Und je mehr der Grinch an das Hulala dachte, desto mehr war ihm klar, Das stopp ich, mal sachte. Seit Jahren erduld ich das Kikeriki. Jetzt aber stopp ich's. Schluss, aus. Aber wie? Dann fiel es ihm ein. Es war schrecklich gemein. Dem Grinch fiel etwas ganz Schreckliches ein. Ich weiß genau wie. Der Grinch lachte im Rachen. Ich werde mir Sachen wie vom Weihnachtsmann machen. Und er gickste und gackste. Das ist gar nicht schwer. Mit dem Rock und der Mütze sehe ich fast aus wie er. Jetzt fehlt noch ein Rentier. Der Grinch sah sich um. Doch Rentiere gab's keine in der Gegend ringsum. Hielt das den Grinch auf? Nein, finde ich keins, sprach der Grinch voller Bosheit. Dann mach ich mir eins. Er rief, Max, seinen Hund, und er nahm roten Zwirn und band ihm ein großes Geweih auf die Stirn. Dann packte er Beutel und ein paar alte Säcke auf einen wackeligen Schlitten, den Max zog vom Flecke. Der Grinch rief, Hü-Hott. Dann ging's in die Tiefen, zu den Häusern in der Stadt, wo die Hu's friedlich schliefen. Alle Fenster waren dunkel. Ganz dicht fiel der Schnee. Die Hu's träumten schön von Wackelgelee. Da kam er zum ersten Haus dort am Carré. Hier halt ich zuerst, zischte der Grinch-Weihnachtsmann, und er klomm mit den Säcken das Dach so dann. Dann den Schornstein hinab. Der war ziemlich schmal. Doch wenn's der Weihnachtsmann schaffte, dann der Grinch allemal. Einmal blieb er stecken, aber auch nur ganz flüchtig. Und er steckte den Kopf heraus. Hier war er richtig. Da hing die Huchstrümpfe in Reih und Glied. Die Strümpfe, die nehm ich als erste mit. Dann schlumpfte und schlich er, das Lächeln gemein, durchs Zimmer und sackte jedes Geschenk ein. Fahrräder, Rollschuhe, Trommeln und Flinten, Schachbretter, Dreiräder, Popcorn und Printen, stopfte alles in die Säcke und mit großem Geschnauf dann diese Reihe um den Schornstein hinauf. Nun schlich er zum Kühlschrank. Das Essen war dran. Er nahm den Huh-Pudding und das Humazipan. Schnell wie der Blitz griff er sich den Braten. Sogar noch die letzte Dose Tomaten. Und im Schornstein verschwand alles Essen samt Pfanne. Und nun, grinste der Grinch, hol ich auch noch die Tanne. Und er packte den Baum, fing grad an zu schieben, als ein Tönchen ertönte wie ein Mäuseschnieben. Er schnellte herum und da stand ein Winz-Hu. Klein Cindy Lou-Hu war's und die sagte, Nanu? Ertappt wollte der Grinch schon im Boden versinken, doch die kleine Lou-Hu wollte nur Wasser trinken. Sie starrte den Grinch an und sprach, Weihnachtsmann, warum nimmst du denn unseren Baum weg? Sag an! Aber der alte Grinch war ja so clever und hell und dachte sich aus eine Lüge schnell. Hallo, kleiner Spatz, log der Tu nicht gut. Auf dem Baum ist ein Licht, das geht immer kaputt. Deshalb kommt er zu mir, in die Werkstatt, mein Schatz. Morgen früh steht er dann wieder an seinem Platz. Das Kind glaubte dem Grinch. Dann herzte er's nett, er gab ihm das Wasser und schickte's ins Bett. Und als Cindy Lou-Hu in ihr Bettchen kroch, ging er zum Kamin und schob den Weihnachtsbaum hoch. Und als letztes nahm er den Scheit für das Feuer, stieg dann selbst in den Schornstein das Ungeheuer. Was blieb, waren Nägel und Draht am Gemäuer. Der einzige Krümel, den er dalies im Haus, war als Krümel sogar noch zu klein für die Maus. Dann ging er gleich weiter in die anderen Hu-Häuser. Auch dort blieben nur Krümel für die anderen Hu-Mäuser. Es war Viertel nach früh. Alle schnarchten im Takte in ihren Hu-Betten, als den Schlitten er packte, mit all den Geschenken, den Bändchen, den Schnüren, den Schildchen, den Borten und allen Bordüren. Und dreitausend Fuß hoch, hinauf auf Bergklippen, fuhr er mit der Fracht, um sie runterzukippen. Ätsch, Batsch, ihr Hu-Hu-S, rief der Grinch voller List. Jetzt merkt ihr gleich, dass kein Weihnachten ist. Gleich wachen sie auf. Gleich gibt's ein Getu. Sie sperren den Mund auf, er geht kaum mehr zu. Dann heulen die Hu's dort in Hu-Heim. Hu, hu. Und diesen Lärm, grinste der Grinch, muss ich hören. Und er hielt inne, der Grinch, und spitzte die Öhren. Und tatsächlich erhob sich ein Ton überm Wald. Ganz leis fing er an. Ganz laut wurde er bald. Doch der Ton war nicht traurig. Ja, der Ton tönte fröhlich. Das konnte nicht sein. Doch er war fröhlich. Ehrlich. Er starrte nach Hu-Heim. Der Grinch konnte nur starren. Denn was er da sah, ließ ihn starrend verharren. Alle Hu's dort in Hu-Heim, die Großen, die Kleinen, die sangen. Dabei gab's Geschenke für keinen. Weihnachten verhindert hatte er nicht. Es war trotzdem gekommen. Ganz einfach. Und schlicht. Und der Grinch stand, die Grinch Füße eiskalt, ganz allein, und er grübelte heftig. Wie kann das nur sein? Es kam ohne Bänder. Es kam ohne Päckchen. Es kam ohne Schildchen und Schachteln und Säckchen. Nach drei Stunden Grübeln tat sein Grübler ihm weh. Und dann kam dem Grinch ne ganz neue Idee. Ist Weihnachten doch nicht nur Essen und Schenken? Ist Weihnachten doch noch mehr? Musste er denken. Und was geschah dann? Nun, die Hu's waren nicht böse. Und der Grinch's kleines Herz wuchs auf die dreifache Größe. Und kaum war sein Herz nicht mehr eng wie ne Faust, kam er mit den Sachen durch den Morgen gebraust, brachte das Spielzeug zurück und alle Zutaten. Und der Grinch, höchstpersönlich, zerteilte den Braten. Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat. Von Dr. Seuss. Yes. Kennst du den Film? Ich kenne nur den alten Film oder den älteren Film mit Jim Carrey. Es gibt ja einen ganz frühen aus den 60ern. Den kenne ich nicht. Ah, ich glaube, da habe ich mal Ausschnitte von gesehen. Okay. Aber der mit Jim Carrey ist schon ziemlich gut. Ja. Und jetzt gibt es ja einen neuen, gerade irgendwie im Kino gestartet, irgendwie so einen Zeichentrick. Ja, Thea, wir kennen uns jetzt auch schon länger, sieben Jahre oder so. Irgendwie sowas. Irgendwas um den Dreh. Ja. Bist auch Schauspielerin und vor allem aber auch diejenige, die an allen größeren Mo-Projekten mitgewirkt hat, die wir bis jetzt gemacht haben. Das stimmt. Du warst beim Hörspiel dabei, beim Live-Hörspiel dabei und jetzt bei unserem Podcast dabei. Mo, lass uns was hören. Lass uns was hören. Ja, das ist mir eben so aufgefallen, dass du immer dabei bist. Ziemlich cool. Was würdest du machen, wenn Weihnachten gestohlen wird? Ja, wie man ja eben erfahren hat, glaube ich, ist das nicht möglich, weil ja Weihnachten noch so viel mehr ist als nur diese Geschenke mit Bordüren und Bändchen und bla bla bla. Aber wenn es wirklich weg wäre, wäre ich schon ein bisschen traurig, weil das ja doch irgendwie was vereint. Eine Familie oder Freunde oder sowas. Gott, ich würde gar nicht mehr klarkommen, wenn es plötzlich keine Geschenke mehr gibt an Weihnachten. Nein? Nein. Geschenke? Hallo? Ja, okay, ich muss sagen, ich auch nicht. Das war eine Lüge. Es ist die größte Lüge. Ich glaube, deswegen ist der Grinch auch die größte Lüge ever, dass man sagt, ja, es gibt noch mehr bei Weihnachten außer Geschenke. Nein. Aber tatsächlich habe ich mit Freunden sowas eingeführt, weil es einfach immer so wenig Zeit ist, um dann irgendwie am Ende noch das und Bums zu kaufen und dadurch diese überfüllten Läden zu stapfen, dass wir das jetzt immer so machen, dass man, wir machen wie so Wichteln zu Weihnachten. Und dann liest jeder oder singt jeder dem anderen oder dem, den er gezogen hat, etwas vor, was ihn mit ihm verbindet. Und das ist dann das Geschenk. Aber das ist ja auch ein Geschenk. Na, ich habe ja eben auch ein bisschen gescherzt, als ich gesagt habe, Weihnachten sind nur Geschenke. Für mich ist das Wichtigste an Weihnachten eben zu zeigen, also mit den Geschenken am besten. Das ist ja eine schöne Art zu zeigen, dass man sich mit jemandem beschäftigt hat. Und deswegen habe ich mal versucht einzuführen, dass man bei uns in der Familie sich gegenseitig was Selbstgebautes oder Selbstgemachtes schenkt. Oh, das ist sehr schön. Ist aber ziemlich nach hinten was gegangen, weil ich da nicht glaube, vor zwei Jahren war das. Nee, weil vor zwei, drei Jahren war ich dann der Einzige, der es durchgezogen hat und hat dann allen was gebaut, hat mir richtig Mühe gegeben. Und ich glaube, ich will jetzt keinem auf die Füße treten, aber ich glaube, sonst hatte das keiner gemacht. Und seitdem habe ich es dann auch gelassen. Oh, das ist schade. Das ist schade. Total, weil ich, wenn man so an den Läden vorbeigeht, ich finde es immer ziemlich schlimm, wie viel Schrott da doch verkauft wird. Also wie viel Schrott auch Eltern ihren Kindern schenken. Das finde ich ganz schlimm. Wurdest du in deiner Kindheit überschüttet mit Geschenken? Nein. Fand ich auch ein bisschen schade als Kind. Ja? Ich habe schon die Kinder beneidet, die, na klar beneidet man die, die dann irgendwie großartige Geschenke bekommen haben. Aber ich habe auch großartige Geschenke. Also wenn ich jetzt doch mal überlege, ich habe zum Beispiel mein coolstes Weihnachtsgeschenk als Kind waren irgendwie, waren ein paar Skier oder sowas. Das ist ja auch groß. Wenn ich an meine Kindheit denke, so, dann gab es so gefühlt ein großes Geschenk. Ja. Und vielleicht noch ein paar kleine Sachen. Was war dein schönstes Weihnachtsgeschenk als Kind? Boah, ich, mein Weihnachtsgeschenk, ich bringe das ein bisschen durcheinander, wahrscheinlich auch mit Geburtstag und so weiter. Ne, mein schönstes, wo ich mich am meisten drüber gefreut habe, war eine Playstation. Weil das, ja, weil das war bei uns in der Familie gar nicht so die Regel, dass man irgendwie einen Fernseher hat oder so. Das gab es bei uns auch erst ganz spät, wo ich heutzutage auch irgendwie glücklich drüber bin, meine Kindheit nicht vom Fernseher verbracht zu haben. Aber als ich dann eine Playstation geschenkt bekommen habe, da habe ich mich derbe drüber gefreut. Ja. So. Aber dann war die auch schon fast wieder out. Und dann gab es schon wieder die nächste. So schnell ging das. Was für Lieder singt ihr euch vor? Selbstgeschriebene? Oder Lieder, die ihr raussucht? Das kann alles sein. Ist nicht festgelegt. Also es geht halt darum, demjenigen, den man gezogen hat, halt mit demjenigen was zu verbinden. So wie du eben erzählt hast von diesem Basteln. Ja. Wenn einem da ein Text kommt und man da was singen kann, was ich jetzt nicht könnte, glaube ich, weil ich da, weil ich glaube ich kein Talent habe, Lieder zu schreiben, dann kann man das machen. Moment mal, waren wir nicht vor ein paar Tagen in der Karaoke-Bar? Ja, genau. Hast du da nicht auch was gesungen? Ich habe da auch was gesungen, klar. Ich erinnere mich so vage daran, dass das ziemlich gut war. Ja, aber es war auch mit Mikro, es war auch verstärkt, es war ein Hall drauf und das klingt dann anders, als wenn man irgendwie in so einem kleinen Wohnzimmer steht und dann da irgendwie A Cappella irgendwie ein Ständchen bringt. Irgendwie habe ich gerade Lust darauf, dass du jetzt hier A Cappella ein Weihnachtsgesinkst. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Was war das Schlimmste? Ich hätte jetzt wahrscheinlich sogar nicht mal Nein gesagt. Aber gut, jetzt ist es vorbei. Sing mal. Was soll ich singen? Was singt man denn? Und jetzt habe ich Lust rauszugehen in den Wald, wo Schnee liegt und eine Schneeballschlacht zu machen mit meinen Brüdern. Ja, Schneeballschlacht. Ich liebe Schneeballschlacht. Ewig nicht gemacht, weil einfach kein Schnee mehr liegt. Ja, aber das stimmt nicht. Letztes Jahr lag im Januar und Februar echt richtig gut Schnee. Zumindest in Thüringen, da wo ich herkomme. Ich bin auch Ski gefahren. Also zu Weihnachten selbst nicht, das stimmt. Aber dann später. Aber ich habe Weihnachten, wirklich, man verbindet Weihnachten irgendwie immer mit Schnee und alle Leute sagen immer, ja früher war viel Schnee und das stimmt auch. Als Kind lag immer viel Schnee. Wir haben nämlich Weihnachten mit meinen Eltern immer bis ich, also bestimmt so zehn Jahre, auf einem Bauernhof verbracht. Auch Heiligabend und dann bis Silvester. Das war so eine Woche, wo wir mit Freunden, alle Freunde meiner Eltern und deren Kinder, es war dann praktisch eine Riesenfamilie, eine Riesengruppe, haben wir Weihnachten dort gefeiert, auf diesem Weihnachtshof, auf diesem Bauernhof und sind dann da Ski gefahren, sind Schlitten gefahren, haben so Rodel-Challenges gemacht, so Wettrodeln, den Berg runter. Also es war in Österreich, muss man auch sagen, auf dem Berg drauf. Und dann, das war dieses Weihnachten meiner Kindheit und das war das Schönste, was es gab. Ich wünschte, wir würden da immer noch hinfahren mit den ganzen Leuten. Das war, das ist so Weihnachten für mich. Und deswegen habe ich mir auch den Grinch ausgesucht, weil ich den dort so mit zehn, elf, zwölf Jahren, habe ich den dann immer den kleineren Kindern vorgelesen oder überhaupt auch Geschichten vorgelesen. Das heißt, er hat dich da schon begleitet? Genau, oder da habe ich den kennengelernt praktisch. Ich kannte auch das Buch vor dem Film. Kennst du Leute, die so grinchig sind? Ja, oder ich meine immer mal so Leute zu sehen, wenn man so irgendwo die Straße langläuft und vor allem jetzt in dieser Vorweihnachtszeit, wo die Leute so, keine Ahnung, wenn man so durch Geschäfte geht oder auf der Straße und dann so sind dann eher so die grimmigeren, älteren Herren. Wo man das Gefühl hat, die klauen jetzt Weihnachten. Ja. Weil sie selber keine Freude haben. Genau, und dann beobachtet man sie aber manchmal näher und sieht dann, ah, bei ihm taut plötzlich irgendwie was auf. So, und er ist eigentlich gar nicht grummelig und hat sich nur vorgenommen, irgendwie grummelig zu sein, weil das muss man auch sein bei diesem Wetter oder so. Und dann taut er so ein bisschen auf und dann kauft er vielleicht sogar das Spielzeug. Irgendwas muss man seinen Enkeln ja schenken. Man weiß ja gar nicht mehr, was man kaufen soll heutzutage. Aber eigentlich hatte er vorher halt die anderen Kinder beobachtet, die dieses Spielzeug auch beschaut hatten. Und das hat ihm, glaube ich, gefallen, wie da die Kinderleuchten geaugt haben, die Kinderaugen geleuchtet haben. Der perfekte Grinch, der am Ende auch voll mit dabei ist. Oder auftaut. Ja. Und dann höchstpersönlich den Braten zerteilt. Ja, das mag ich schon sehr. Das schlimmste Weihnachtsgeschenk, was du hier bekommen hast? War, glaube ich, mal irgendwie ein Buch. So ein Buch, wo, also es war auch so Harry-Potter-Zeit und ich war ein riesen Harry-Potter-Fan, aber hatte da irgendwie, gab es gerade keinen neuen Band oder wie auch immer, oder hatte ich schon gelesen. Und es gab nichts außer Harry-Potter. Nichts wäre da rangekommen. Und dann habe ich halt irgendwie so ein Geschenk bekommen, irgendwie so eine andere Zauberer-Geschichte, wo ich dachte, das ist doch Quatsch. Das will ich nicht. Seit Harry-Potter funktioniert keine andere Zauberer-Geschichte mehr. Ja. Keine. Nenn mir eine. Das ist wie bei den Weihnachtsliedern. und ich komme jetzt nicht drauf. Leider kommt an Harry nichts vorbei. Wir müssten eigentlich mal einen Harry-Potter-Podcast machen. Ja. Ja. Was ist deine Lieblings-Harry-Figur? Harry-Potter-Figur? Ich glaube, ich mag die maulende Myrte schon sehr. Die maulende Myrte. Das passt perfekt auch zum Grinch. Also du hast da so einen kleinen Faible, oder? Ich habe so ein Faible für solche Figuren. für so komische, verstockte Figuren, die eigentlich ein gutes Herz haben, aber können es nicht zeigen. Finde ich immer sehr mitfühlen. Also da fühle ich gerne mit. Percy Weasley mag ich, glaube ich, auch. Echt? Den, ja, den würde ich gerne lesen. Nee, den kann ich gar nicht. Finde ich geil. Den findest du geil? Ja, den findest du super. Also von der Figur her, wie er so ein verstockter Typ, der nicht aus sich rauskommt und immer irgendwie gefallen muss und zu allem immer Ja und Arm sagt und da irgendwie gar nicht merkt, wie er da irgendwie ausgenutzt wird, da als er im Zaubereiministerium arbeitet und dann da irgendwie, sie nimmt sich super wichtig bei allem. Finde ich irgendwie auch eine super Figur. Ist eine geile Figur, geil geschrieben, aber ich denk mir dann so, halt auch einfach Arschloch. Ja, aber ich finde, man kann immer nicht so pur sagen, ist jetzt ein Arschloch oder nicht. Ich glaub, der hat auch was Gutes, aber... Weißt du, was er mit seiner Familie gemacht hat? Ja, gut, aber... Mhm. Ja. Er kommt am Ende wieder. Grundsätzlich böse gibt's halt nicht. Nee, gibt's auch nicht, aber ich find's schon kacke. Also wenn... Na klar. Ich komm ja auch aus einer größeren Familie und wenn einer meiner Brüder so was machen würde, wie Percy gemacht hat, dann würde ich den mal ganz schön an den Ohren packen. Mal ganz schön. Da würdest du mal rechts, links eine versetzt kriegen. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, bei mir ist Luna ist schon so mit meine Lieblingsfigur. Oh, schön. Weil sie so ein bisschen autistisch ist und ich denk so, oh, sie lebt in ihrer eigenen Welt, das ist so schön. Das ist super. Sie ist so ein bisschen verstrahlt, das find ich ganz lustig. Und den Namen finde ich so schön. Wir haben eben schon so ein bisschen angeschnitten, so wie Weihnachten bei dir in der Kindheit war. Ja. Hast du, Rituale sagt man ja immer, oder gibt es irgendwie Sachen, in der du dich in deiner Kindheit noch am liebsten mit dran erinnerst? Ja, also früher in diesen, wie gesagt, in dieser Weihnachtswoche, die wir hatten mit der kompletten Familie und Freunden in Österreich auf dem Bauernhof, da hat mein Vater immer den Weihnachtsmann gespielt. Ich war halt schon über das Alter hinaus, wo man das nicht mitkriegt. Also ich wusste immer, er wird es sein, der jetzt gleich hat sich dann irgendwie nach dem Abendessen irgendwie musste er kurz ein Schläfchen halten oder wie auch immer, war halt kurz mal weg. Was Eltern auch immer denken. Und dann klopfte es halt wummernd ans Fenster und dann stapfte da mein Vater rein in diesem Filz, roten Filzmantel und hat dann halt den Weihnachtsmann gespielt und das hat er so toll gemacht. Und dass ich mit meinem Vater immer vorher, wir haben so Handpuppen gebastelt aus Pappmaché. Bis eben in dieser Weihnachtswoche gab es immer Nachrichten. Also mein Vater hat gesammelt von den ganzen Freunden rundherum, was halt so passiert war. So Geschichten gesammelt von den Leuten persönlich und hat das verwurstet und hat Nachrichten gebracht mit so einer Handpuppenshow. Und in dieser Show, also wir haben so Figuren gebastelt, wie da trat immer auf der Papst. Also Papst Johannes Paul II., den kann mein Vater wahnsinnig gut imitieren. Mein Vater kann sehr, sehr gut Stimme imitieren. Kannst du den auch imitieren? Nee, das kann nur, mein Vater müsste jetzt hier sitzen. Der hat diesen Papst gesprochen und dann kam immer noch, was er auch gut konnte, war Honecker. Erich Honecker ist dann noch aufgetreten. Den haben wir auch gebaut aus Pappmaché. Das sieht Honecker wirklich wahnsinnig ähnlich. Und der Altkanzler Kohl. Was ist das denn für eine Mischung? Genau, dieser Mix, diese drei Herren und Polizei und so, traten dann immer auf und haben dann sozusagen so Nachrichten gebracht, was den Leuten so passiert war, also den Freunden. Das war so wahnsinnig lustig und ich fand es halt toll, wie mein Vater das gemacht hat und ich war immer für die Werbung zuständig. Da gab es immer so zwischen Werbeeinblendungen und ich habe dann... Aber warte, ich verstehe, also wenn ich es richtig verstehe, ist es wie ein Puppenspiel oder... Genau, wie halt Augsburger Puppen... Also habt ihr dann auch so ein Handpuppentheater da hingebaut? Genau, er hat halt einen Tisch einfach irgendwie verkehrt herum aufgesetzt, hat sich dahinter versteckt und hat dann halt... Dann kamen die Puppen oben. Vor euch Familie und du hast dann Werbung gemacht? Genau, vor den anderen. Für was hast du Werbung gemacht? Also zum Beispiel gab es ein kleines Kind bei uns in der Familie, der hat halt mit drei, vier Jahren halt immer gepopelt. Und dann habe ich so Werbung gemacht, zum Beispiel für Popella Popel und habe dann so Schachteln gebastelt, wo die dann präsentiert wurden und habe mir halt irgendwie coole Werbesprüche ausgedacht. Also Popella Popel in den verschiedenen Geschmacksrichtungen, jetzt auch in Erdbeer und Himbeer. Und das hat man dann halt so auf die Schippe genommen, was halt den Leuten passiert war. Oder dann war ein Auto mal kaputt gegangen und ist nicht den Berg hochgekommen, wo wir waren. Und dann habe ich halt Werbung für abgefahrene Schneeketten gemacht oder sowas und die dann nach den Leuten benannt und solche, solche Geschichten. Boah, das klingt nach einer superschönen Kindheit, was Weihnachten angeht. Absolut. Das war das Beste. So Rituale, sich beizubehalten, wie wichtig, oder für mich, wie wichtig das ist. Das ist total wichtig. Und jetzt denke ich auch gerade, wenn ich darüber erzähle, dass man sowas eigentlich wieder aufleben lassen müsste. Also diese Handpuppen. Ich möchte dieses Jahr mit diesen Handpuppen irgendwas machen mit meinem Vater. Du schickst mir ein Bild, wie du mit deinem Vater die Handpuppen von Honecker, Kohl und Papst Johannes Paul und dann bitte auch ein Video, wie dein Vater Papst Johannes Paul den Zweiten imitiert. Also da warte ich aber unterm Tannenbaum drauf. Das mache ich, ja. Ey, sehr schön. Ich glaube, du wirst schöne Weihnachten haben. Ich glaube auch. Und ich bedanke mich, dass du da warst. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. More entertainment. Yes. Hört es euch an. Lasst uns was hören. Sehr gut. Das ist der Jingle. Vielleicht ändern wir ihn noch. Hört es euch an. Lass uns was hören. Lass uns was hören. Findest du gut? Find ich gut. Okay, dann lassen wir es. Ja, aber du könntest zum Beispiel vielleicht ein Weihnachts- Weihnachts-Jingle. Weihnachts-Special-Jingle. Wie würde sich das anhören? Du, ja, ja, ja. Naja, wenn du schon hier, dann aber auch. Was stapft denn da? Es ist Mo. Mit seinen Weihnachtsgeschichten. Oder so, keine Ahnung. Ey, das ist schon ziemlich gut. Ja, uns fehlt es ein bisschen an Manpower, genau solche Sachen umzusetzen. Ich weiß es nicht. Ja. Okay, du bist im Team. Oh, cool. Perfekt. Yay, endlich. Danke fürs Vorlesen. Vielen Dank. Es war eine große Freude. Es war sehr schön. Fröhlichen Nikolaus. Ja, stimmt. Fröhlichen Nikolaus. Ich bedanke mich auch. Ich hatte heute Thea Rasche als Gast. Mein Name ist Leon Stiel. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt es gerne eurer Familie oder euren Freunden und Freundinnen. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr das auch weitertragt, was wir machen, wenn es euch gefällt natürlich nur. Und wir hören uns dann bald wieder. Ich verabschiede mich hiermit und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Mo Entertainment. Lass uns was hören.